Ich möchte ein neues Produktkonzept bei Ludwig von Kapp vorstellen, unsere Back-in-Box-Weine. Das Gute dabei ist, das sind bekannte Qualitäten unserer Weingüter nur in einer anderen Verpackung. Einmal angebrochen ist der Wein bis zu sechs Wochen haltbar, da kein Licht und kein Sauerstoff an den Wein kommen und wir haben gleichbleibende Qualität in dem gesamten Zeitraum des Abzapfens. Ebenfalls gut, bis zu 35% Preisvorteil im Vergleich zur Flaschenware durch geringere Produktions- und auch Transportkosten, außerdem das Ganze umweltschonend durch einen geringeren CO2-Ausstoß. Außerdem kompakt und leichter noch zu transportieren als eine Kiste mit Flaschen. Wir haben hier natürlich ganz viele Einsatzmöglichkeiten, einmal Camping oder im Wohnmobil, überall dort, wo wenig Platz ist, auf dem Boot bei Segelturns, aber auch zu Hause bei einer schönen Gartenparty oder einem tollen Grilleabend. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten, der Zapfwand ist auch schon integriert, einfach mal ausprobieren, es lohnt sich, sehr zum Wohl. Stimmengewirr